Guten Tag, liebe Nosy-Rosy-Mitglieder. Guten Tag, Abonnentinnen. Schönen guten Tag und schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Sie sind zur Tagesschau um 12.41 Uhr. Und zwar, es geht um folgende Themen. Schnitt! Heute ist der 10. Ach ja? Pauline! Der zweite. Wir berichten live aus Vitoria. Und wir wollen live unser Thema anbündigen. Es ist heute themenfrei. Und andererseits haben wir dann auch noch von unserem AuPair-Kindchen eine ganz süße Sache. Nicht nur diese Mütze haben wir von dem AuPair-Kindchen? Nein. Und auch nicht nur diese Krone. Und zwar wird sie Tiere nachahmen und ihr müsst erraten, welches Tier das wohl war. Das schreibt ihr dann auch unten in die Dingsbums da. Als Kommentar. Und wenn ihr das richtig erraten solltet, dann... Dann habt ihr es drauf. Nein! Das ist ganz schön krass. Dann habt ihr es richtig raus. Dann habt ihr es so krass raus. Und das ist voll krass. Und viel Spaß bei unserem Video. Viel Spaß! Tschüss! 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 I его sauben todos, ah... Raurg! 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 und so weiter geht weiter geht weiter geht weiter geht weiter geht weiter geht